so was geht leute wir zocken heute mal ein bisschen gta 5 in real life und ja das ist unser charakter ja und ich würde mal sagen wir gehen jetzt einfach mal diese treppe runter die grafik ist ein bisschen verpackt aber das geht ja noch okay so ich hoffentlich passiert bald was mir erste mission vielleicht aha wir haben einen anruf jo man wir haben den stoff ist bei der fabrik versteckt holen doch ab okay okay gut dann gehen wir also zu der fabrik hin wenn ich wüsste wo die ist schuhe anziehen sehr vorbildlich so okay gut ich würde mal sagen wir gehen mal raus aha der macht die tür also von alleine auf ziemlich cool okay begib dich zur fabrik um den stoff abzuholen ist ziemlich leicht gesagt aber wo ist das eigentlich ich würde sagen ich habe gehört man kann sich hier so ein taxi rufen und ich würde sagen ja wir rufen zum einen taxi so gehen wir mal davor es packt meine güte meine güte wie das rumpackt so okay gut wir nehmen uns jetzt okay warum ist das start sind ja egal okay so nach einem kleinen schnitt sind wir wieder da es ist jetzt nur gerade so gewesen es kann scheiße so und wir haben jetzt gerade eben so ein taxi gerufen warum packt das so rum es legt okay jetzt warten wir da gehen wir mal in die first person perspektive jose ziemlich schön aus oder geht jemand rum können wir den können wir den verletzten nein nein ich versuche es gerade funktioniert nicht okay da kommt ein auto das könnte unser taxi sein oder jo das ist definitiv unser taxi geiles ding was ist was ist jetzt los was ist das für ein balken war und wie das rum legt dass die grafik ist richtig scheiße ja zur alten fabrik bitte kein problem mein herr so ich schneide jetzt mal so okay gut wir sind zu einem kurzen schnitt wieder da wir sind zwar der fabrik und es ist irgendwie alles zensiert ist etwas merkwürdig und dieses spiel legt so herum meine güte meine güte okay wir steigen jetzt mal aus und ja ich würde mal sagen dass man die mal weg fahren da sonst werden uns noch zusammen okay naja die kamera zum von allein wieder da finde den stoff steht um in der ecke sehr gut ich würde sagen das machen wir mal gut wo kann das sein boot was ist das ist der stoff hier alles ob so einfach so um das baum den bauch bin gut gemacht verlassen das gebiet sehr gut dann würde man sagen wir stehlen dieses moped da drüben ja das ist sicher so knacken und geil geil wer mein moped gefahren warum ja gut okay was jetzt los mission erfüllt 1500 dollar ziemlich geil